hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge dann heute wenn man den susan schluss und versuchen zu machen aber das letzte mal wenn ihr dach haben fehler entdeckt kann man fast sagen zwar kommt dann nicht auf das rechte keine linke gar nicht aber es ist eigentlich nicht nötig ich gehe gerade entschuldigung momentan gehen wir müssen egal na es passt schon die weichen werden wir anders machen jetzt brauchen wir das da auch nicht machen so wie mache ich das jetzt da ohne das blöd ausschaut ich mache es mache ich es von da herunten oder mache ich es von da herunten vielleicht kriegen wir da noch ein gescheites ich glaube ich muss da andere straßen nehmen Äh, warte mal Ja Das war ja klar Was ist, wenn ich den Springpoint wegnehme? Äh, falsch Okay Okay Gefällt mir sogar besser Passt Dann machen wir dann da Den Berg dann weiter runter So Das ist jetzt, was ist das jetzt für Umleitung da? Das ist die Das ist eine Umleitung Das ist da die Kohl-Minister oder Da geht dort da rein, das ist auf Saukasten Das ist die Umleitung Hm Gut Deutsch Ich weiß jetzt hier geht das Grübel, au Grübel, grübel und studier Ich glaube ich muss das komplett neu machen Warte mal Warte mal Ich mach das nicht reiflich, will ich das auch schon Warte mal, warte das Jetzt brauch ich immer die Weich Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, na Aha, okay Die Brink Was ist das? Was ist das denn? Da geht's Was ist das? Was ist das? Nein, das ist die Das usw Das ist das Das ist die 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 135 brauchen wir nicht, also das sind die S-Juncts, das sind ja die alten, also wurscht. Die SM ja, das sind ja mit der anderen Farbe, ja das sind ja alles mit der anderen Farbe, Ich brauche aber nicht, oder? Komisch, dass die... Komisch, dass die jetzt gehen, aber ich dachte, egal. Ja, man könnte schon sagen, dass sie sich eingebaut sind, aber was ist das jetzt mal? Ja... Same track... Aha... Gut... Z... Ah, falsche Kategorie... So... Fianana... And 6er... Motor... Also das ist... Die Y-Werke... Y-Werke... Na, die brauche ich nicht... Äh... Die brauche ich auch nicht... Julia brauche ich auch nicht... Das ist die große Lange... Das ist die große Lange... Warte mal... Warte mal... Warte mal, das ist links... Egal, jetzt da... Egal, jetzt da... Der Sykron... Wirds ja eh nicht... So... Ja, aber... Gut... Egal, jetzt schreib... Ach, euer... Und, neul... Wieaj... Wie soll das... Wieaj... Wie gerade... Wie... Wie lange... Wie lange... Wie... 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 Ahem So Ah, was da war? O, die denn? Ich hab ihn nicht mehr. Ich werde nicht mehr essen. Ich werde nicht mehr essen gehen. Hoppala, da hinten sitzen wir. Jetzt haben wir zu hoch, äh zu hoch. Ah, jetzt ist noch ein. Dest. Na komm. Was ist denn da los? Werden die Schiene bestellt? Schauen Sie, hoppala. Ähm. Ja, das kann man schon hin. Das kann man schon hin. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich das jetzt einbauen. Warte, machen wir das Gerüst weit fertig da. Warte, du bist. Warte, 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 warte. Ja, das ist einer rechts. Motor rechts. Motor links. Das war's jetzt die 17 Sekunden Ich glaube nicht, aber ist mir jetzt... Ja... Zwei gehen so um, zwei gehen so um Das wird ein Schildappel im Untertreibach Das macht nichts Da die Signale einbauen, das wird lustig werden Eih, ja genau Ist das denn jetzt gegangen oder alles? So, ja das... Jetzt habe ich das von der anderen Seite Und da in der mitten D-E-Bahn Da müsste ich fast... Vorher, nachher... Aber so kann man da schon richtig... Da haben wir jetzt... Auf D auch noch... Na, die brauchen wir ja gar nicht... Warte mal... Warte mal... Die geht dort... Achso, das ist eh die... Achso... Gut, die geht überhaupt auf der Nebenstrecke... Die kommt dann da... Achso... Wahnsinn... Boah... Na gut... Ne... Ne... Neub dir 4 spraw nehmen, zwar hier... Da wahre ich da Äh... Pff... oc... Das kann man so lassen... Gut, dann werden wir da jetzt mal das große Lösch schnappen Das Ah, warte mal, wir sind da mit dem, wir sind da in der Mitte Ja, das wird lustig werden jetzt da Ach so Na komm her Juckt mir das Auge, du Ach so was, ich muss nah was, nah Den muss ich sonst auch neu machen Ich hab da einen verkehrten Motor da Keine da Äh Ah, das ist dann Schätze ich mal, die Junge des Genau mit dem Motor, richtig Na geht das einmal 2.91 Na komm Jawohl Millimeter lang Mit Millimeter genau, Oved So Jetzt Jas Mit Ja 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 Da Ja 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 Schnell wieder da rein, Anpassungsschwierigkeiten oder wie? So, ok, wo haben wir? Wo haben wir das Signal rein? Das ist eine gute Frage. Warte mal, ich darf das nicht zu knapp zusammentun? Warte mal, was wir hast? K.S. 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 Gut, und jetzt? Wir müssen da ein Gefühl, wenn ich da herrühme, ein Signal einbauen, oder könnte das? Ja, weiß ich, das müssen wir da hinten anrufen. Ja, probieren wir es. Da haben wir schon wieder einen Bugel drinnen. Was hat jetzt da identisch stehen? So, weißt du. Machen wir es auch so. Ja, Mann. Es ist halt ein bisschen buglet, aber es ist mir wurscht jetzt. So. Gut, das ist... Na gut, schauen wir mal. Das war jetzt das zweite Rad. Das war jetzt. Ja. Ja. Ja.